Die Jungen-Medien-Camp-Wiese ist fast leer, die letzten Workshop-Zelte sind abgebaut, heute geht's weiter nach Berlin. Das ist der Bahnhof Kratzeburg, von hier aus steige ich in den RE5 Richtung Elsterwerder, schöne Baureihe 445. Die Fahrt dauert ungefähr anderthalb Stunden und die Zeit habe ich vor allem genutzt, um E-Mails abzuarbeiten, die ich während des Campings nicht beantworten konnte. Es geht über Neustrelitz, Oranienburg, Gesundbrunnen bis nach Berlin Hauptbahnhof. Und da sind wir auch schon.